Wie stehen die Chancen für unsere Sportler? Bestens, so wie immer. Die sind alle trainiert. Wir haben ganz viele Sportler, die vom Level Intermediate auf Advanced hochgestuft wurden, weil wir so toll trainiert haben. Darum wissen wir die Anzahl nicht. Gerade von unseren zwei Mannschaften. Das ist voll aufregend. Die halbe Mannschaft von mir ist aufgestuft worden. Bei mir auch. Und jetzt haben sie 10, 15 Tore mehr. Jetzt sind sie im wilden Feuer. Jetzt wissen sie nicht, uh, schaffen wir das. Aber sie machen das ganz großartig. Das Wetter passt voll super. Und ich hau mir jetzt wieder viel Gas runter. Voll Gas! Ist die volle Konzentration jetzt schon in den nächsten Toren? Äh, soll ich sagen. Ich bin stumpf zu. Ich bin aufgeregt. Team Canada ist in great shape. Wir haben zwei Jahre für diese Stnung. Die Arme sind schon im Training. Bis zum nächsten Mal.